Klaus Bachler ist ein vielbeschäftigter Rennfahrer im Jahr 2022. Neben dem ADAC GT Masters wird er auch in zwei weiteren Rennserien an den Start gehen. Und das absolute Highlight gibt es dann auch noch im Sommer, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Gleichzeitig einer seiner Lieblingsstrecken. Und vor dem Auftakt in Oschersleben beim ADAC GT Masters ist er uns zwischen dem ersten und zweiten Training zugeschaltet. Wir Skype, Servus Klaus, danke für deine Zeit. Hi, grüß euch. Klaus, kommen wir gleich zum aktuellen. Das erste freie Training ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Das Getriebe hat nicht wirklich mitgespielt. Gib uns trotzdem einen Einblick in die ersten Runden, die dort gedreht wurden. Am gestrigen Donnerstag haben die Rundenzeiten, glaube ich, besser gepasst. Ja, also heute haben wir leider ein bisschen ein technisches Problem gehabt. Heute sind wir kaum Runden gefahren. Beim Getriebe ist was gebrochen. Somit haben wir das Auto früh abstellen müssen und müssen das Getriebe jetzt für die zweite Session tauschen. Gestern ist es sehr gut gelaufen. Das Feld ist wie jedes Jahr sehr eng beieinander. Aber ich sage einmal, gestern die Performance und auch die Balance vom Auto war ganz gut und das macht uns optimistisch. Zu wie viel Prozent hast du schon das Gefühl, dass du aufs Fahrzeug abgestimmt bist? Wie viele Prozent muss man vielleicht noch rauskitzeln? Ich sage einmal, wir haben eine gute Balance gehabt. Sie war aber nicht noch perfekt. Wir haben aber für heute versucht, das Auto noch zu verbessern. Jetzt konnte man leider nichts ausprobieren, weil, wie gesagt, nach fünf Runden, wo am Anfang aber noch feucht war, ist dann leider das Getriebe den Geist aufgegeben. Somit können wir jetzt in der ersten Session noch nichts sagen, aber wir haben noch eine zweite. Und zählen tut es eher erst dann ab morgen. Also morgen beginnen dann die Qualifienz und ab da zählt es dann. Sowieso. Am Samstag und Sonntag gibt es dann auch die ersten zwei Wettkämpfe, wo es um die ersten Punkte gehen wird. Ich habe die Wettervorhersage ein bisschen angesehen und hier gibt es auch Unterschiede Samstag und Sonntag. Samstag noch eher sonnig und trocken. Am Sonntag kann ein Niederschlag hinzukommen. Inwiefern beeinflusst das auch die Vorbereitung auf die einzelnen Rennen? Ja, der Vorteil ist jetzt für uns, ich habe mit Robert Rehnau einen sehr starken Teamkollegen. Das heißt, da tun wir uns sicher in dem Fall leichter, weil wir a. das Auto kennen, b. die Meisterschaft, die Strecken natürlich dann auch. Und somit ist das, ich würde sagen, kein Nachteil für uns. Und natürlich, wenn man nie im Regen jetzt gefahren ist und man fährt jetzt dann, sage ich mal Sonntag, das erste Mal raus auf nasser Strecke, ist das schon nicht ganz so einfach. Aber ich denke, da haben wir schon einen Vorteil jetzt mit unserer Erfahrung. Ich muss aber dazu sagen, es könnte sein, dass heute die zweite Session noch nass ist, also dass etwas Regen kommt. Das würde das natürlich dann alles wieder verändern. Mir persönlich wäre lieber heute, es bleibt trocken, weil wir unser Setup im Trockenen noch austesten wollen, was wir in der ersten Session machen wollten. Aber am Ende, so wie es ist, so ist es. Du hast Robert Rehnau schon angesprochen, dein Partner für die diesjährige Saison, ein langjähriger Freund, gleichzeitig auch ein sehr erfolgreicher Rennfahrer, der vor allem 2018 die ADAC-GT-Master-Serie für sich entscheiden konnte. Das heißt, die Trauben hängen höher als sonst. Was ist so das ambitionierte Ziel? Naja, klar, mit unserer, oder die Konstellation, was wir haben. Also ich mit Robert zusammen, das ist natürlich für mich schon richtig cool. Ich bin auch froh darüber, dass ich einen sehr starken Teamkollegen an meiner Seite habe. Das Team ist jetzt neu dieses Jahr in der Meisterschaft, aber wir haben halt versucht, viele sehr gute Leute mit an Bord zu bekommen. Natürlich muss man jetzt schauen, man muss sich zusammenleben einmal. Man muss schauen, dass man im Prinzip fehlerfrei bleibt. So wie heute natürlich, der Defekt am Getriebe hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, wir kennen die Meisterschaft, wir kennen das Auto. Wir fahren viele Rennen jedes Jahr. Das heißt, das ist in unserem Fall jetzt weniger problematisch, denke ich einmal, als jetzt zum Beispiel bei den jungen Nachwuchsfahrern, die eine Meisterschaft in Anführungsstrichen fahren. Jetzt muss man vielleicht die Zuschauer darüber aufklären, in welchem Rennstall du dich befindest. Geleitet wird dieser neu gegründete Rennstall von Iris Tor, die sich abgekapselt hat und einen großen Teil des Teams aber auch mitgenommen hat. In einem Artikel konnte man nachlesen, dass durchaus Know-how vorhanden ist, aber man möchte auch kreative Lösungen in verschiedensten Bereichen finden. Erzähl mal, wie haben sich die ersten Wochen, Monate in diesem Team angefühlt? Bist du schon zu Hause? Bist du schon dort angekommen? Ja, also angekommen bin ich schon. Also natürlich, die Leute sind sehr nett. Aber man muss halt dazusagen, also die Meisterschaft ADC, GT Masters, also das sind, beziehungsweise das ist eine der stärksten GT3-Meisterschaften auf der Welt, was es gibt. Und das schon seit Jahren. Und da ist natürlich die Konkurrenz, die schläft auch nicht. Da sind extrem starke Fahrer hier, viele Werksfahrer, viele Top-Teams. Und natürlich, da zählt jedes Hundertstel, jedes Zehntel. Und wenn man da, sag ich mal, wenn man ein Zehntel nicht ausschöpft, das kann klar mal einen Unterschied machen, dass man Zehnplätze weiter hinten startet. Jetzt hat vor allem Iris Dorr auch den Kommunikationsweg in einem Leitartikel immer wieder hervorgehoben, dass sie vor allem möchte, dass Fahrer und Sponsoren durch den Auftritt auf Social-Media-Kanälen quasi profitieren. Inwiefern hat sich das bei dir schon geäußert? Wurdest du damit schon konfrontiert? Oder ist das mal so eine Ansage, die sich vielleicht in den nächsten Monaten erst äußert? Ja, sie bemüht sich schon sehr, muss man sagen. Natürlich ist jetzt alles neu, aber sie bemüht sich. Sie machen auch sehr viel. Ich denke aber, dass das in den nächsten Monaten noch deutlich mehr wird. Jetzt haben wir eine Saison mit sieben Rennwochenenden. Wenn man so ein bisschen in die Glaskugel blickt, mit welchem Gesamtergebnis wärst du persönlich oder dein Teamkollege zufrieden? Wo wollt ihr euch in etwa einrennen? Also mein Ziel ist ganz klar, ich fahre Rennen, weil ich die Meisterschaft gewinnen will. Das ist ganz klar. Nur man muss halt auch jetzt schauen, wie das alles läuft. Jetzt haben wir das erste Wochenende. Am Ende des Tages wird die Saison nicht beim ersten Wochenende entschieden. Man muss einfach konstant sein, man muss fehlerfrei bleiben, immer schön Punkte mitnehmen und auch clever fahren. Und die Saison ist lang, aber ich sage einmal, das Ziel ist definitiv, dass wir vorne mit dabei fahren und um die Meisterschaft kämpfen können. Stichwort Zielsetzung. Du persönlich fühlst dich, glaube ich, am Red Bull Ring, übrigens die zweite Station im Rennkalender des ADAC GT Masters. Eigentlich pudelwohl, mehrfach am Podest gestanden, ganz oben allerdings noch nie. Wächst da vielleicht schon ein innerlicher Druck heran? Wie wichtig wäre es für dich, vor allem in deiner eigenen Heimat als Steirer ganz oben zu stehen? Also natürlich wäre das ein Traum für mich persönlich, wenn man 25 Kilometer von der Rennstrecke aufgewachsen ist. Ich wohne auch dort. Das heißt, ich kenne die Strecke von früher. Mein Vater und ich waren da wirklich fast jedes Wochenende zuschauen oder auch unter der Woche, haben wir bei vielen Testtagen zugeschaut. Und natürlich wäre das ein Traum für mich persönlich, dort erfolgreich zu sein und meinen ersten Sieg einzufahren. Aber da gehört halt einfach viel dazu. Man muss sagen, ich war ein paar Mal sehr knapp dran, aber leider hat es für ganz oben noch nicht gereicht. Also ADAC GT Masters, dieses Wochenende in Oschersleben, dann Mitte Mai am Spielberg und dann gibt es noch fünf weitere Rennwochenenden. Kommen wir zum zweiten Kapitel, das du bereits in dieser Saison Anfang April schon aufgeschlagen hast. Beim Endurance Cup, der GT World Challenge Europe. Da hast du den beeindruckenden sechsten Platz belegt. War das am Ende überraschend, so weit vorne gelandet zu sein? Überraschend nicht. Wir haben da eine sehr starke Paarung mit einem ambitionierten Team. Wir haben im letzten Jahr ein Rennen gewonnen in Monza, einmal Zweiter in Barcelona, haben aber leider von fünf Veranstaltungen zwei Ausfälle gehabt. Deswegen sind wir in der Meisterschaft nur Sechster geworden. Jetzt war es so, in Imola, natürlich ist der Sechster Platz jetzt von 52 Autos, keine schlechte Sache. Aber es ist klar, unser Ziel ist auch dort, dass wir um die Meisterschaft kämpfen. Dass du um die Meisterschaft kämpfen kannst, musst du halt immer punkten. Das haben wir vom letzten Jahr gesehen. Wenn wir zweimal ein Null erschreiben, dann haben wir keine Chance, dass wir mitfahren. Und deswegen war das jetzt eine gute Ausgangsposition für die Meisterschaft. Aber es war sicher nicht, ich sage einmal das, was, sagen wir mal so, das Ziel ist sicher, dass wir noch bessere Resultate dieses Jahr reinfahren. Im Sprint Cup geht das bereits nächste Woche in Großbritannien, wo auch der Auftakt erfolgt. Wie sieht da vielleicht auch von deiner Seite die Verteilung der Ambition aus? Siehst du dich eher im Endurance oder im Sprint Cup dann aufgehoben oder muss man dann einfach schauen, wie sich dann Rennen für Rennen gestaltet? Für mich sind beides schöne Meisterschaften. Also der Sprint Cup ist so vergleichbar mit dem ADAC GT Masters. Ich muss aber sagen, ich fahre für das gleiche Team. Das heißt, ich kenne die Leute, die Mechaniker, die Ingenieure. Das war mir auch wichtig, dass man einfach im besten Fall wirklich jedes Wochenende miteinander arbeiten kann und sich als Team verbessern kann. Insgesamt muss ich aber sagen, habe ich da einen jungen Teamkollegen. Da denke ich, das wird schon nicht ganz so einfach sein, dass wir da jetzt die Ergebnisse einfahren können, was wir zum Beispiel in den Tourrennsvereinen einfahren können. Jetzt könnte man auf der einen Seite meinen, viele Wettkämpfe tun einem Rennfahrer gut, da er quasi im Flow bleiben kann, sofern es gut läuft. Auf der anderen Seite könnte man auch behaupten, wenn er sich auf eine Rennserie konzentriert, dann könnte er sein komplettes Potenzial da reinstecken. Wie stehst du dieser Thematik gegenüber? Fühlst du dich wohler, wenn du mehr auf der Piste unterwegs bist? Oder spielst du vielleicht auch mit dem Gedanken, dich vielleicht mal wirklich eine Saison auf eine Rennserie zu konzentrieren? Ja, man muss das ein bisschen analysieren, was da genau ist. Im Endeffekt fahre ich ja Meisterschaften, verschiedene Meisterschaften mit dem gleichen Auto. Und dann fahren wir auch mit den gleichen Reifen. Und natürlich ist dann meiner Meinung nach ein Vorteil, wenn ich öfter mit dem gleichen Auto und den Reifen fahre, als weniger oft. Das heißt, für mich persönlich sehe ich es eigentlich als Vorteil. Das Einzige, was man sagen muss, zwischen GT Masters und der Enturance und Sprint Cup gibt es einen kleinen Unterschied. Und das ist, beim GT Masters dürfen wir die Reifen nicht heizen. Das heißt, das macht einen kleinen Unterschied. Das bedeutet, GT Masters ist etwas anders. Aber prinzipiell ist es halt das gleiche Auto und der gleiche Reifen fast jedes Wochenende. Und das hilft mir persönlich als Fahrer viel. Und ich bin auch nicht der Einzige, der so viele verschiedene Meisterschaften fährt, genau aus dem Grund. Sehr gut. Dann kommen wir zu einem deiner Lieblingsthemen, Schrägstrich Lieblingsstrecken. Der Nürburgring hat es dir angetan. Die Nordschleife ist auch ein Kurs, der da durchaus liegt. Das 24-Stunden-Rennen liegt auch im Visier. Das Ganze findet dann erst in ein paar Monaten statt. Aber wie groß ist denn die Vorfreude, auf die Lieblingsstrecke, unter Anführungsstrichen, zurückzukehren? Ja, es ist natürlich sehr groß. Der Nürburgring ist eine ganz besondere Strecke. Ich liebe die Strecke aus dem Grund, weil du brauchst extrem viel Commitment, extrem viel Mut. Du bist so extrem schnell dort unterwegs und der kleinste Fehler kann entscheiden, dass das Auto einen Totalschirm hat. Und im besten Fall hoffentlich dir als Fahrer nichts passiert. Und das macht das Ganze für mich so interessant. Du fährst im Prinzip permanent am Limit. Du versuchst halt genau nur ans Limit zu gehen und keinen Fehler zu machen. Und dann hast du zusätzlich noch ca. 180 Starter. Das klingt jetzt gar nicht so viel, beziehungsweise es klingt viel, aber im Prinzip muss man sagen, die Strecke hat ja 25 Kilometer. Das bedeutet, die verteilen sie natürlich auf der Strecke, aber da gibt es viele verschiedene Klassen. Und da fahren wir zum Beispiel mit den GT3-Autos. Wir sind die größte Klasse. Und dann gibt es halt auch kleine Autos. Unter anderem fährt ein Opel Manta mit, ein alter noch. Unter anderem fährt zum Beispiel Renault Clio. Also auch wirklich kleine Autos mit. Und da ist natürlich ein großer Geschwindigkeitsunterschied. Und das macht das Ganze noch einmal komplizierter. Und du musst, beziehungsweise als Fahrer kannst du da oben einen großen Unterschied machen, wenn du extrem gut im Verkehr bist und den Verkehr lesen kannst. Und das ist zusätzlich noch, was mir wirklich viel Spaß macht. Hinzu kommt vielleicht auch noch der Faktor Zuschauer, dass bei einem 24-Stunden-Rennen vielleicht die mediale Aufmerksamkeit auch deutlich größer ist. Ist das auch ein Mitgrund, warum man sich als Rennfahrer besonders auf dieses Event freut? Ja, natürlich. Das ist ganz klar. Also wir sind da oben, also ich bin in der größten Klasse mit unterwegs, also die GT3 mit den GT3-Autos. Das ist natürlich schon was Cooles. Also da gibt es 30 so Autos und ich fahre einen davon. Letztes Jahr bin ich sogar auf zwei Autos drauf gesessen und habe geswitcht. Also bin im Prinzip bei beiden Autos von Falken Motorsport gefahren. Und das ist schon natürlich cool. Also wenn man halt, nur um ein Beispiel zu geben, also ich fahre immer Dienstag vor dem Wochenende, vor dem 24-Stunden-Rennen hoch. Und wenn man dann schon die ganzen Fans sieht, was die da alles aufbauen rund um die Strecke. Also das ist wirklich unglaublich. Und das ist natürlich jetzt dieses Jahr, auf das freue ich mich schon wieder richtig, wenn einfach die Zuschauer wieder kommen können. und sage ich mal, mit uns das miterleben dürfen und mir mit den Zuschauern und den Fans das miterleben dürfen. Das ist was ganz was Besonderes. Absoluter Höhepunkt in der Saison eines Rennfahrers. Zum Abschluss würde ich vielleicht noch ganz gerne ein bisschen in der Vergangenheit kramen. 2010 hattest du nämlich am Hockenheimring einen schweren Unfall, als du vor dem Wechsel in den deutschen Formel-3-Cup gewesen bist. Schilder vielleicht nochmal die Szenen, beziehungsweise was hat dieser Unfall mit dir persönlich gemacht? Hat er dich wieder auf den Boden der Realität zurückgebracht? Hast du dann wieder ein paar Jahre gebraucht, um vielleicht an eigener Sicherheit zu gewinnen? Wie war das in etwa? Ja, das war natürlich keine schöne Zeit, beziehungsweise wie das passiert ist. Da war ich kurz vor der Matura. Ich habe mich riesig gefreut auf die Saison. Ich habe im Prinzip den Aufstieg geschafft, dass ich von Formel ADAC Masters, hat das geheißen damals, also das ist vergleichbar mit der Formel 4 heute in die Formel 3. Und man arbeitet da wirklich hart dran, auch nicht nur selber persönlich, körperlich, sondern auch, dass man das alles überhaupt gestemmt bekommt, weil natürlich da geht es um große Budgets. Also braucht man große Sponsoren, dass man da überhaupt mitfahren kann. Und dann hatte ich beim ersten Test leider den schweren Unfall. Ich hatte einen Bremsdeffekt. Und im Endeffekt, im Nachhinein muss ich, beziehungsweise ich bin natürlich sehr froh, dass das alles gut ausgegangen ist. Ich hatte schwere Verletzungen, aber ich bin im Prinzip jetzt, kann ich sagen, ganz gesund worden. Ich habe auch für mich persönlich damals, also die Zeit, die war echt nicht einfach, weil auf der einen Seite ist der Traum von Formel 3 zu Ende gewesen. Die Saison ist im Prinzip vor dem Saisonstart schon gelaufen gewesen. Und zusätzlich habe ich auch, müssen wir mich für die Matura vorbereiten. Und man kann auch sagen, das war wirklich so, innerhalb von drei, vier Tagen oder sagen wir mal, innerhalb von einer Woche, wo ich meine Operationen dann alle gehabt habe, von, sage ich mal, sehr gutem Fitnesszustand, bin ich dann im Prinzip in einen Zustand gekommen, wo ich nicht einmal ein Glas habe heben können. Und das ist so ein Moment, der wird immer in meinem Leben mich begleiten, weil das sieht man erst, wie wichtig oder was das Wichtigste im Leben ist. Und das ist definitiv die Gesundheit. Und eine andere Sache war auch noch, ich bin in meinem Spitalzimmer gewesen und es ist ja der Frühling schon gekommen, also der Unfall ist passiert am 29. März. Und ich sage einmal so, am 5. April sitze ich da in meinem Zimmer nach den ganzen Operationen und dann sehe ich, wie die Leute draus spazieren gehen oder laufen gehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist mein Ziel, ich will unbedingt wieder so weit kommen, dass ich da im Prinzip so schnell wie möglich wieder laufen gehen kann. Und also man sieht, das hat schon einiges bei mir gemacht, dass einfach dankbar ist, was man alles machen kann und auch dankbar ist, dass man gesund ist. Ein gesunder Optimismus und natürlich auch ein Ehrgeiz gehört dazu, um wieder zurückzukommen. Vielleicht die Gegenfrage, was wäre aus Klaus Bacher geworden, wenn die Rennkarriere vielleicht nicht fortgesetzt worden wäre. Wo könntest du dich selbst wiedersehen, in welchem Berufsfeld? Ja, das war für mich keine Option. Also ich habe wirklich, da ging es ja, also das, ich will es gar nicht zu weit ausholen, aber natürlich ging es da um viele Sachen. Also da ist einfach, der Unfall ist passiert und man hat dann müssen schauen, wie es weitergeht, ob man überhaupt wieder weiterfahren kann oder wann es weitergeht. Und ich habe dann einfach für mich persönlich das so gemacht, also ich habe trainiert, ich habe alles gegeben, also ich habe einmal vorhin meine Matura gemacht und danach habe ich trainiert, wie verrückt. Und ich wollte einfach wieder zurückkommen. Und dann kamen immer wieder, sage ich mal, Rückschläge. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich denke, dass ich wieder fit genug bin, dass ich wieder fahren kann. Und das kann ich mir auch noch erinnern, da habe ich einfach Schaltkarts genommen, bin nach Graz gefahren, nach Karlsdorf und habe versucht, mit meinen ganzen Verletzungen, also mit den Operationen, also ich bin ja am Rücken operiert worden, mich da reinzusetzen und ich habe gesagt, wenn ich das schaffe, dann kann ich auch wieder reinfahren. Und im Endeffekt ist es Gott sei Dank gut ausgegangen. Ich habe keine Schmerzen gehabt und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, es gibt keine Option, ich kämpfe weiter, ich will weiter Rennfahrer sein und meinen Traum im Prinzip weiterverfolgen. Und wir drücken auf jeden Fall auch in dieser Saison die Daumen. Klaus, besten Dank für das Gespräch, alles Gute für das zweite Freihettraining, hoffentlich ohne Getriebeschaden und dann drücken wir die Daumen, dass vielleicht ein Podest beim ersten Wochenende in Oschersleben drin ist. Dankeschön. Sehr gerne. Das war also ein intensiver Einblick in die Vorbereitungen vor dem Auftakt in Oschersleben beim ADAC GT Masters. Klaus Bachler wird mit seinem Kollegen Robert Rennauer an den Start gehen. Wie gesagt, erstes Training gab es Getriebeprobleme. Jetzt im zweiten Training gilt es, weiter positive Erfahrungen zu sammeln, um dann für Samstag und Sonntag bei den ersten Rennwettbewerben gewappnet zu sein. Für Sie heißt es übrigens auch am Montag einschalten, das Motorsportmagazin um 18.55 Uhr, diesmal mit Stefan Burgstaller. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.